Ja, es sind nicht nur die äußeren Dinge. Irgendetwas muss es ja sein, warum dein Ex-Partner mit dir nicht zusammen sein kann, aber mit dieser Frau und plötzlich ganz, ganz schnell, plötzlich funktioniert es. Und ich kann dich beruhigen, du bist mit diesen Gedanken erstmal nicht alleine. Und das Erste, was ich dazu sagen kann, das ist natürlich ganz klar ein Selbstwertthema. Ja, denn wenn du dich selbst wertvoll fühlen würdest, wenn du sagen würdest oder fühlen würdest, nicht nur sagen, okay, du musst es wirklich fühlen und felsenfest davon überzeugt sein, dass du es wert bist, dass du wunderschön bist, dass du liebenswert bist, dass du es verdient hast, einen Mann an deiner Seite zu haben, der dich auf Händen trägt. Ja, wenn du, wenn du das fühlen würdest, davon überzeugt wärst, würdest du dir diese Frage nicht stellen. Was hat sie, was ich nicht habe?